Moin Leute, euer Xemnas mal wieder hier und heute ist es endlich soweit, neuer Merch. Hier ein großes Dankeschön an den lieben Darkmoon, da er diesen Zeichner kennt und er gefragt hat, ob er für mich was zeichnet. Und hier auch ein sehr großes Dankeschön an den Zeichner, thank you very much, this artwork is so beautiful. Nicht wundern Leute, der Zeichner spricht kein Deutsch. Das hier ist das allererste Design und es sieht so wunderbar aus und vor allem es ist so niedlich, mein Herz schmilzt dahin. Besonders die Laserschwerter, die sehen einfach nice aus. Dies hier ist das zweite Design und ich finde den Mantel so Hammer, der wurde einfach perfekt getroffen. Eure Herzen sind bestimmt von Niedlichkeit jetzt dahin geschmolzen, oder Leute? Dies hier ist die dritte Version, eine Margin Version und das hier ist die vierte und letzte, auch eine Margin Version. Alle von den vier Designs sind einfach sehr gut gemacht, besser gesagt hervorragend. Von allen Modellen gibt es T-Shirts, Pullover, Tassen und noch vieles mehr. Schaut den Shop einfach rum, dann findet ihr bestimmt das passende für euch. Ach ja und als kleine Info, wenn ihr auf ein Design drauf geht, nach ganz unten geht, weitere Designs, da findet ihr halt alle vier Xemnas. Also nicht, dass euch hier dann wundert, weil das halt alles ein bisschen so durcheinander ist. Aber so findet ihr eigentlich alle Designs. Ich hoffe, euch gefällt das neue Logo, weil da steckt wirklich viel Arbeit drin. Natürlich würde ich auch gern selbst ein Design zeichnen, nur das Problem ist halt, ich kann nicht zeichnen. Darum bin ich so glücklich, dass Darkmoon diesen Zeichner kannte, weil der hat seine Arbeit einfach wunderbar gemacht. Natürlich, ich will hier niemanden zwingen, was zu kaufen. Es soll freiwillig sein und wenn ihr mich unterstützen wollt. Den Link zum Merch findet ihr in der Beschreibung und als angepinnten Kommentar. Und auch den Link zu Darkmoons Kanal findet ihr auch in der Beschreibung. Selbstverständlich, auch die Seite des Zeichners ist auch in der Beschreibung. Schaut gerne mal bei ihm rein. So, das wäre es erstmal von mir und ich wünsche euch viel Spaß im Merchshop. BYE!